Willkommen zum allerersten Webmontag in Offenbach. Ich habe nicht im Start-Archiv nachgeguckt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Ersten sind, die das machen. Ich will euch als erstes mal den Webmontag näher bringen und erklären, warum es einen Webmontag gibt und warum ich in der Lage bin, euch darüber was zu erzählen. Also kurze Infos zu mir, ich bin Markus Tacker, wie der Locher, ihr findet mich auf Twitter unter der App Markus Tacker und meine Homepage ist die tckrcc, da findet ihr alle Infos, die ihr über mich wissen braucht und das brauche ich euch jetzt nicht zu erzählen. Was ihr wissen solltet, ist, dass ich 15 Jahre schon mit diesem Web-Dings zu tun habe. Ich habe in der 11. Klasse angefangen mit einer GbR im Hinterhof, Webseiten für kleine und mittelständische, also eher kleine Unternehmen zu bauen, das war die Dark Projects GbR, weil wir damals das auch schwarz gemacht haben und dann war der Name relativ naheliegend. Das wurde dann so erfolgreich, dass wir eine GbH gebraucht hätten aufgrund der Auftragsgröße und das war mir ein bisschen zu ungeheuer und ich habe mich dann entschieden eine Ausbildung zu machen zum Mediengestalter für Digital- und Printmedienfachrichtung Operating Nonprint bei der Pixel Factory hier in Offenbach. Die einigen von euch werden die kennen, die wurden dann sehr schnell von der GFT gekauft und dort eingestampft. Ich bin 2003 dann ausgebildet gewesen und habe dann als Software-Entwickler gearbeitet, also weniger Mediengestalter, mehr Programmieren, das hat mir dann doch mehr gelegt und habe dann 2009 den ganzen Kran, den ich bisher so zu Fuß gelernt habe, auch mal studiert. Das heißt, ich bin jetzt ein Bachelor Medieninformatiker, den habe ich in Wiesbaden gemacht und bin seither selbstständiger Web-Anwendungsentwickler. Jetzt rufe mich aber hier mal an, dass es nicht alles gibt. Also das Thema Web beschäftigt mich schon 15 Jahre und wenn es weitergeht, dann geht es weiter. Warum wir offen machen? Also warum machen wir den Web-Monat denn offen? Dass wir Web-Monat offen machen, ist irgendwie klar, aber wir haben, naja, ich sage mal 20, 30 Minuten von hier den Web-Monat nach Frankfurt. Den gibt es seit vier Jahren, das ist eine Riesenveranstaltung. Ich bin selbst nämlich, glaube ich, schon anderthalb Jahre da, Reden bis Sieg da, habe mittlerweile zwei oder drei Vorträge gehalten. Warum brauchen wir den offenbar? Wenn ich hier so rumgucke, ich sehe eins, zwei, so drei Leute, drei Leute hier in dem Raum, die sehe ich auch auf dem Web-Monat in Frankfurt. Der ganze Rest von euch, den habe ich dort noch nie gesehen. Ich will da nicht so nahe treten, aber ich glaube, da lüge ich gar nicht so verkehrt. Und das ist genau das Problem. Wir haben eine riesen, aktive Web-Gemeinde, kreative in Offenbach, nur die verbinden sich nicht auf so einem fantastischen Event wie der Web-Monatag. Und weil ich persönlich ein großer Fan vom Web-Monatag Frankfurt bin, habe ich mir gedacht, okay, also das brauchen wir unbedingt in Offenbach, weil ich ärgere mich immer, wenn ich dann nachts um elf irgendwie kalt mit der S-Bahn zurückfahren muss und dann kostet es auch auf 4,80. Danke, das ist toll, wäre eine Frau, Gebetssystems. Also das macht nicht wirklich Spaß. Deswegen brauchen wir ja noch mal. Warum überhaupt auf dem Web-Monatag? Also kommen wir nicht ohne Web-Monatag klar, das hat ja bisher auch ganz gut funktioniert. Ich finde, ihr kennt alle dieses, oder die meisten von euch kennen das Schild, das ist unten an der Deutschen Bank, steht das. So ein digitales, gutes Schild. Da steht normalerweise drauf, willkommen in der Wetter- und Lederstadt. Wenn man sich das mal auf der Zug zergehen lässt, also Wetter machen wir nicht, Wetter wird für uns gemacht und auch Leder, mit Leder, also ich glaube, keiner von hier kennt noch jemanden, der in einem Lederverarbeitenden Betrieb arbeitet oder so. Also das hat ja nichts mehr mit der tatsächlichen Wirklichkeit in Offenbach zu tun. Wir haben in Offenbach, je nach Statistik und je nachdem, wie man das zusammenwirfelt, bis zu 1.000 kreative Unternehmen. Und diese ganzen Unternehmen haben so ein paar Themen, die stark künstlerisch belegt sind. Ich habe nicht so persönlich den Zugang zu den künstlerischen Themen, die sehr gut von der HFG vertreten werden. Mich interessiert mehr so der Hands-on-Kram, also die Bits und Bites. Und die haben keinen, da gibt es keinen festen Termin im Jahr, wo man sich regelmäßig treffen kann, wo man sich einfach austauschen kann, wo man mal die Leute von diesen ganzen Agenturen, von den Selbstständigen, von den Freelancern, von den Dienstleistern, Hostern und was es da alles gibt, dass die sich mal zusammentreffen und sich austauschen können. Und deswegen habe ich gesagt, Web-Ontag ist ideales Format. Hier geht es nicht unbedingt so technisch in die Tiefe, sondern wir bringen einfach Leute zusammen, die sich fürs Netz interessieren und schaffen eine gemütliche Plattform. Und die soll es auch regelmäßig geben. Denn, was ist ein Web-Ontag? Auf dem Web-Ontag geht es darum, also das Prinzip ist relativ, es sollte, das Format ist ganz einfach, es findet am Abend statt, wie heute. Wie der Name schon sagt, Web-Ontag ist es Wohntag. Nicht ein Dienstag oder ein Mittwoch, wie ich von meinen Leuten gehört habe, sondern es ist immer am Montag. Das Web ist das entscheidende Thema, aber Web ist ein sehr weit gefasster Begriff. Also wir werden heute sehen, das Web eben, was inzwischen schon mit Hardware zu tun hat, mit intelligenten Kühlschränken, die sagen, wo man dies vor zehn Jahren angekündigt war, die sind heute Realität. Das ist Web, genauso ist Web irgendwie telemetrik in meinem Auto, das durch die Gegend fährt, von der ich gar nichts mitbekomme, aber da ist auch Web drin. Web ist auch auf der ISS, also die ESA, die in Darmstadt sitzt. Das sind alles super spannende Fachbereiche, die alle trotzdem irgendwas mit Web zu tun haben. Das Web ist inzwischen überall. Wir tragen es in der Hosentasche mit rum. Inzwischen haben die meisten von uns mindestens so ein Device. Die Regel geht da zum zweiten oder dritten oder vierten Device. Und auf dem Web-Montag werdet ihr eben einfach Vorträge haben. So Leute, die sich für das Web begeistern, die in dem Web arbeiten, die damit ihr Geld verdienen oder die es auch für ihr Hobby benutzen. Und in den Vorträgen wird es nicht so extrem in die Tiefe gehen, technisch, sondern es geht darum, ein Thema anzureißen und euch was mitzugeben. Dass ihr was lernt, was hat diejenige Person für Erfahrungen gemacht, wie sind das Thema angegangen, wie haben sie es gelöst und wie werden sie es in Zukunft angehen. Und der Punkt ist, euch was mitzugeben, womit ihr selbst arbeiten könnt. Mit den Leuten könnt ihr da sprechen, könnt ihr euch austauschen und könnt Kontakte erstellen über diese Themen. Das ist mit der entscheidende Punkt, was ein Web-Montag ist. Das ist nicht nur Erfahrungsaustausch, sondern guckt euch die Leute an, die hier sind, guckt euch an, worüber die reden, was sie für Geräte haben, was sie für coole Schuhe anhaben und kommt ins Gespräch, denn nur über Netzwerk können wir wirklich gut arbeiten. Und es werden immer mehr Leute gehen aus den Firmen raus, werden selbstständig, sind Freelancers in den kleinen Unternehmen, sind ständig bei neuen Firmen und nur über Netzwerk. Die Netzwerke sind wirklich das, was stabil ist, was über Jahre sich aufbaut und wo man jahrelang wirklich mitarbeiten kann. Egal, was für eine Rechtsform gerade immer einen Check ausstellt. Deswegen, also das ist der Web-Montag. Zum Web-Montag, auch ein ganz wichtiger Punkt am Web-Montag ist, ihr dürft auf euren Smartphones gucken. Also es guckt euch, also zumindest ich werde eben niemanden böse angucken, wenn er mir zuhört, aber mich nicht anguckt, sondern auf seinem Smartphone unterwegs ist. Viel passiert bei uns, also bei mir, bei Twitter, ich bin nicht so der große Facebook-Fan. Der offizielle Hashtag, deswegen ist der W-Move. Wäre nett, wenn ihr euren ganzen Kram, eure Meinung, eure Fotos, eure, wenn euch was stört, eure Fragen mit in den Hashtag Twitter, dann können wir wir das mitkriegen und dann könnt ihr euch untereinander auch verletzen. Zu guter Letzt, der Web-Montag ging, wäre nicht alleine, also ich hätte nicht allein aufziehen können, deswegen möchte ich mich an der Stelle schon mal bedanken, weil ganz viele Menschen, die mir geholfen haben, das zu realisieren. Zum einen, ganz wichtig, der Web-Montag Frankfurt. Da sitzen Menschen, die heute auch in Frankfurt unterwegs sind, auf der Bühne stehen und eine großartige Veranstaltung aufbauen und die haben mich von Anfang an unterstützt, insbesondere der Ali Pasha, der mit aufgezogen hat, die Jenny, die die Moderation macht, zu denen, haben mit denen halt von Anfang an drüber gesprochen und die waren extrem offen. Also es gibt, wie manche vielleicht vermutet hätten, aufgrund des gleichen Termins, dass es irgendwie eine Konkurrenzveranstaltung oder ein Zwist gibt, das ist definitiv nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei Laien Offenbach, die auch uns von Anfang an über ihre Kanäle, über ihr großes Netzwerk gepusht haben und mit dafür gesorgt haben, dass heute Abend so viele hier sind. Gerade insbesondere der Leumi ist immer ein zuverlässiger Partner, wenn es darum geht, coole Ideen rauszuknallen und das macht echt super Spaß, um zu tun zu beiteln. Ich bedanke mich natürlich auch bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Frankfurt, die uns mit der Technik aushilft. Offenbach. Ich bin auch total im Wembruch davon. Also, ich möchte mich sehr herzlich bei der Wirtschaftsförderung in Offenbach bedanken, die uns mit der Technik aushilft. Das ist insbesondere die Frau Brega Bauern, mit der ich einfach nur eine E-Mail schreiben kann und dann kriege ich am nächsten Tag eine Antwort oder wir telefonieren, das ist fantastisch. Also, da kenne ich von der Wirtschaftsförderung in Frankfurt von Leuten, die da sind was anderes. Da freue ich mich auch, dass ich in Offenbach bin. Ich freue mich sowieso, dass ich in Offenbach bin. Dann, ganz klar, wo wir sind, in der Affen. Der Lutz, ich glaube, der hat ungefähr 10 Minuten, nachdem ich rausgeschrieben habe, ey, ich will Wembruch, und dann hat der Lutz angerufen und gesagt, mach's hier. Und Lutz ist einer der begeisterten und aktivsten Unterstützer von Wembruch von Anfang an. Ich persönlich finde die Location fantastisch, mit der Temperatur, dann wird es noch gleich wärmer werden. Aber der Rest ist, finde ich, genial. Die Offenbach-Verhältnisse, also, stehen perfekt für mich so, ja, die sind ja unter uns. Aber für mich ist das eine der gutsten Locations in Offenbach für so eine Kampfschaft. Ich hätte mir nichts mehr anderes vorstellen können. Ich kenne das Capitol und ich kenne diverse andere Sachen, aber hier fühle ich mich wohl. Ich hoffe, hier fühlt ihr euch auch wohl. Wenn ihr den Lutz unterstützen wollt, wer wird gleich noch was zu Location sagen. Aber die Bar ist offen, die ganze Zeit, und dahinten gibt es auch was Fantastisches zu essen. Also, spart nicht an eurem Durst und haltet nur euren Hunger. Ja, jetzt haben wir den Weg übersprungen. Das ist mein Coworking-Space. Ich platziere mich hier als Sponsor. Ich stecke die Arbeit rein, also würde ich auch gerne die Dauberin haben. Wir sind der erste Coworking-Space in Offenbach. Wir sind ein Gemeinschaftsbüro, wo ihr einkommen könnt, wenn ihr zu Hause euch auf die Decke auf den Kopf fällt oder ihr rausrollt. Bei uns gibt es den ganzen Arbeitsplatz, die ihr braucht Tisch, Stuhl, Kaffee, Internet für 90 Euro im Monat. Die Preise, die ihr auf euren Stühlen gefunden habt, wo ihr jetzt vielleicht drauf sitzt, das sind auch die alten Preise. Schaut auf die Homepage, wir haben neue Preise. Und ganz zum Schluss will ich mich auch bei euch bedanken. Ich bin extrem überrascht. Also am Anfang habe ich gedacht, naja, wenn so 30 Leute kommen, dann ist es vielleicht cool. Aber jetzt ist es ja richtig cool. Und wir haben die auf der Website 55 Registrierung gehabt. Dann kamen heute noch jede Menge E-Mails. Oh, ich habe es verschlafen. Ich habe mich nicht angemeldet. Geht es auch noch? Supergeil. Das ist mit die beste Unterstützung, die wir bekommen können. Weil so wissen wir, dass wir auf jeden Fall den nächsten Web-Monag auch noch wollen. Dass es heute nicht der letzte gewesen sein wird. Das war es jetzt von meiner Seite zum Thema Web-Monag. Den Lutz würde ich gerne nach vorne bitten. Der erzählt uns jetzt was über die Hafe. Das war es jetzt von meiner Seite zum Thema Web-Monag.